hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video mir wurde aufgrund meiner star wars rangliste oder an tier ranking was ich mal gemacht habe glaube ich mal vorgeschlagen dass ich mal die ganzen ucs sets ranken soll oder sonst in irgendeiner art und weise besprechen soll ich habe das jetzt beschlossen über ein tier ranking zu machen weil es so viele sets sind und ich niemals ganz klar sagen könnte welches jetzt vor welchem ist ich habe mal auf jeden fall meine favoriten ich habe setze ich nicht so gut finde und bevor mir irgendwelche star wars fans dann den kopf abreißen oder mich beleidigen oder als jaja binks bezeichnet in den kommentaren dann das ist natürlich alles nur meine meinung ihr könnt gerne eure meinung in die kommentare schreiben welche sets ihr gut findet welche sehr schlecht findet ich sage es nur vorher schon mal weil ich persönlich zum beispiel wenn irgendwer herr der ringe schlecht drehen würde da würde ich wahrscheinlich auch ausrasten weil es da einfach für mich nichts negatives gibt deswegen nur um die gemüter gleich mal ein bisschen abzukühlen ich bewerte die auch nicht zwangsläufig nach dem preis ich habe jetzt auch nicht alle preise im kopf ich bewerte die nach der optik wie mir die persönlich gefallen wie die wahrnehmung von den sets ist und ist es wie gesagt eine subjektive einschätzung meinerseits also braucht niemand da böse zu sein genauso wie die tiers die ich einzeln benannt habe das ist nur meine meinung aber ich kann euch das ja mal kurz erklären also es gibt für viele fans natürlich ein ranking was star was film angeht und ich habe da auch ein gewisses ranking ich weiß welcher film mein lieblingsfilm ist welcher für meinen hass film ist und dazwischen gibt es immer so ein bisschen unterschiede sage ich mal für mich ist die rücker der jedi tatsächlich die nummer eins für viele ist das imperium schlägt zurück also der fünfte teil im prinzip der beste ich persönlich finde immer noch dass der sechste teil ein perfekter abschluss ist für die ersten sechs filme auch die prequels mit allen gezogen damit ist die skywalker saga für mich perfekt erzählt die anderen filme ja die gibt es ich freue mich zum beispiel auch dass es eine herr der ringe serie gibt ich kann immer wieder so ein bisschen die parallelen zielen aber ich weiß auch noch nicht genau wie ich das finden soll wenn die das jetzt komplett vergeigen dann werde ich hinterher auch sagen okay hätte ich jetzt nicht gebraucht ich hätte die sequels im nachhinein nicht gebraucht muss ich sagen ich finde die nicht so spannend ich finde die charaktere nicht so spannend die haben einen der schlechtesten filme von star wars hervorgebracht meiner meinung nach gehen wir halt mal kurz durch also rücker der jedi ritter ist für mich die nummer eins also das top tier also brauche ich glaube nicht viel zu sagen dann eine neue hoffnung natürlich auch ein wie ich finde cooler film hat ein bisschen mysterium mit obi-wan und luke und das finde ich alles irgendwie so ein bisschen cool der kleine bauernjunge der nichts quasi gerafft kriegt und alles erklärt haben muss und sich nach und nach entwickelt auch über die drei teile das finde ich schon ganz cool dann so neutrale ebene die the phantom menace ist ja eine dunkle bedrohung also der erste teil von den prequels den ich nach wie vor ziemlich unterschätzt finde aufgrund der teilweise echt cool charaktere jaja bing ist natürlich jetzt nicht und handelsföderation etc aber ihr wisst ja qui-gon jinn mag ich sehr gerne ich mag auch seine chemie mit obi-wan sehr gerne und äh ich finde einfach diese welt noch extrem cool deswegen ist das für mich so ein film der immer ein bisschen zu schlecht weg kommt muss ich sagen ist für mich so weder negativ noch extrem positiv ich mag viele sachen ich mag manche sachen nicht deswegen so the last jedi ich habe wirklich überlegt welches das unterste tier ist das jetzt solo star wars story oder the last jedi eigentlich könnte ich beide auf das unterste tier packen aber ich glaube solo interessiert mich noch weniger als the last jedi also für mich fängt das schon damit an dass han solo für mich immer mit harrison ford quasi in verbindung steht das ist ähnlich wie iron man ist immer robert downey jr ähm deadpool wird für mich auch immer ryan reynolds sein logan wird wolverine sein ich finde so eine neu besetzung von einer figur die so ikonisch war und so viel geleistet hat in der kinowelt ist immer ein bisschen fraglich äh deswegen habe ich solo jetzt auch ganz unten gepackt so und jetzt äh ich weiß gar nicht wie viel ich schon geredet habe ich glaube fünf minuten und wir sind noch gar nicht zum thema gekommen also würde ich sagen fangen wir jetzt einfach mal an ich hoffe euch gefällt das video gerne like und abo dalassen wisst ihr ja alles und dann legen wir jetzt endlich mal los und womit legen wir denn mal los äh ich finde zum beispiel auch hatte ich eben nicht erwähnt eine dunkle bedrohung natürlich ist darf mole auch einer der coolsten cis lords die bis jetzt oder er sei der schüler noch gewesen aber diese büste finde ich cool ja ich könnte jetzt genau eine mitte packen aber die finde ich eigentlich ganz cool ist jetzt nichts was ich äh wo ich irgendwie anpreisen würde gott sei dank haben wir das gekriegt aber ich finde die cool und wenn die keine ahnung wenn die noch mal rauskommt für 60 oder 70 euro so in der art wie wir die helme jetzt haben würde ich mir die auf jeden fall auch denke ich mal besorgen dann was haben wir dann was haben wir dann hier sind übrigens noch ein paar sets bei die laut brick set nicht dabei sind ich werde die mal raus lassen aber wir können uns dann nochmal vielleicht in den kommentaren unterhalten ob die da überhaupt reingehören ob die da nicht reingehören ist ja jedem selbst überlassen aber ein paar sind auf jeden fall dabei die da eigentlich nicht zugehören äh zum beispiel der 8080 kann auch sein dass der da eigentlich zugehört und brick set den einfach nur nicht aufgelistet hat das weiß ich jetzt nicht das könnt ihr mir vielleicht am besten sagen äh was auf jeden fall dazugehört ist der sternzerstörer der alte nicht der 700 euro sternzerstörer und den finde ich ich finde einfach diese form dieses sternzerstörers sehr ikonisch sehr cool äh und deswegen wird der UCS den kann ich eigentlich auch gleich dazu packen weil das ja im prinzip die gleiche form ist der ist nur größer teurer alles aber ich finde einfach diese form von diesem raumschiff extrem cool deswegen ist das für mich auf jeden fall ein set äh was ein no brainer ist wenn das so im spielmaßstab mal rauskommt keine ahnung für 100 vielleicht für 150 euro in einer moderaten größe hauptsache die form passt und in vielleicht ein bisschen dann glaube ich würden sich auch viele star wars fans freuen äh todesstern haben wir das puppenhaus finde ich auch gut ich finde persönlich dass der ein bisschen zu teuer ist äh da kann ich auch gleich mal wo haben wir ne denn da müsste er sein genau die sind auf einer stufe das ist ja nur quasi ein remake ein bisschen anders ich meine ein paar andere figuren sind drin aber im prinzip genau das gleiche und genau so sieht es quasi aus mit dem ach ich muss ja mal erst ein bisschen suchen da mit dem anderen oh ne da sollte er nicht hin todesstern ist für mich auch ikonisch aber ist für mich nicht so nostalgisch und cool wie ein sternzerstörer also ihr seht schon ich verbinde das so ein bisschen auch mit dem film wie ich was in den filmen finde wie ich die optik finde und sowas deswegen also das ist das ist deswegen so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen äh zwiespältig wie man das bewerten mag was ganz eindeutig was ganz eindeutig ins unterste oder the last jedi tier gehört ich glaube ich muss den leider bei solo reinpacken den guten general grievous weil ich diese ganzen figuren ich weiß nicht was lego damit hat auch äh mit diesen kingdoms figuren damals bionicle ist nochmal ein anderes thema gewesen ich halte nix von diesen actionfiguren überhaupt nicht ähm auch wenn das hier gebaut ist es gab auch diese druidika alles äh ich halte da nichts von also das ist äh das ist für mich nichts halbes und nichts ganzes diese skulpturen die gehen noch einigermaßen hier den yoda den können wir auch gleich mal den packen wir mal hier ja also da finde ich die neue version zum beispiel auch wesentlich cooler als die hier aber das ist okay das kann man sich auch mal irgendwie so hinstellen und ja aber diese actionfiguren oder dieses auf actionfigur gemachte das ist irgendwie nicht so meins also da könnt ihr mir auch gerne mal sagen was ihr davon haltet was für mich ganz klar ins oberste tier muss ist die UCS Slave 1 ist bis heute für mich immer noch die schönste Slave 1 die es gibt was ich mir natürlich noch wünschen würde so ein bisschen in der Art von Django Fetty Slave 1 also das wäre natürlich nochmal ganz cool aber das ist äh was hat die gekostet 200 Euro meine ich damals ist mit Abstand meiner Meinung nach die schönste Slave 1 die es jemals gab bei Lego die wird auch im Preis äh ordentlich angezogen haben da wisst ihr vielleicht die sich dafür begeistern und interessieren ein bisschen mehr aber ist auch natürlich ein ikonisches Raumschiff äh Boba Fett ist natürlich cool wie gesagt ich bin eher der Django Fan ich finde der ist ein bisschen ein bisschen badass sieger badass sieger ich weiß nicht ob das ein Wort ist aber ihr wisst sicherlich was ich meine dann haben wir natürlich R2D2 und den muss ich tatsächlich auch ins zweite Hüste packen weil ich den auch relativ cool finde das wäre auch mal eine Maßnahme wir haben den jetzt in diesem ähm Boost Droid Set irgendwie gehabt meine ich dann könnte man den äh einzeln bauen natürlich müsste der nochmal genauso wie Yoda einfach eine Neuauflage kriegen man kann das jetzt natürlich alles besser verkleiden als vor ein paar Jahren noch also da sieht man nicht so viele Nocken und so und dann sieht das schon ein bisschen glatter aus ich denke mal das würde heutzutage auch wieder gut ganz gut laufen und Lego bringt ja hauptsächlich immer nur wieder die gleichen Sachen auf den Markt was für viele ein Kritikpunkt ist was für mich aber völlig verständlich ist warum ich möchte hier oh hier wo haben wir den denn äh als ich die Liste durchgegangen bin den B-Wing hier also das ist für mich äh ganz klar ganz klar ein Solo also so ein Raumschiff weiß ich nicht brauche ich nicht also das ist meiner Meinung nach ziemlich hässlich also weiß ich nicht also ich hoffe ich verletze da niemanden der dieses Raumschiff liebt aber sowas brauche ich nicht ich brauche nicht dieses Nightbuzzard von den Rittern von Renn dieses komische Transportschiff da das brauche ich alles nicht die sollen die ikonischen Sachen nehmen das was bei Clone Wars ich weiß nicht von was der B-Wing jetzt ist ist ja vielleicht von Clone Wars von Clone Wars irgendwelche ikonischen Sachen das funktioniert dann auch meiner Meinung nach aber solche Sachen auch dieses Transportschiff I I S I T S oder so keine Ahnung ihr wisst ja was ich meine dieses auch was neu rausgekommen ist keine Ahnung braucht man das ich glaube nicht dann natürlich der UCS Sandcrawler der ist natürlich auch ganz oben anzusetzen ich weiß jetzt nicht hier sind zwei drin ist das jetzt ich meine das müsste der Richtige sein der andere ist nämlich kein UCS ja ich glaube das ist der aber ihr wisst ja bescheid der UCS Sandcrawler auf jeden Fall gehört natürlich auch ins oberste Tier auch ein ikonisches Gefährt eine bewegliche Festung die durch die Wüste fährt und Druinen verkauft hat natürlich auch was auch sehr cool gebaut ähm ja brauchen wir glaube ich nicht viel zu sagen also AT-ST ist generell nicht so meins das ist für mich immer sowas was in Battle Packs oder so dann nebenbei mit reingepackt wird aber das so als eigenes Set weiß ich nicht ich gönne ihm mal einen Platz der nicht ganz unten landen wird ähm auch dieses Special Naboo Fighter wenn man das so im Kontext sieht als UCS selbst und das was besonderes und spezielles ist ich meine so ein so ein Starfighter den gibt es doch regelmäßig also weiß ich nicht das ist für mich das ist für mich einfach nicht ist für mich einfach kein UCS Set in dem Sinne also es ist zwar eins aber für mich hat es nicht den Wert eines UCS Sets und natürlich wo wir gerade schon bei Wert und sowas sind muss natürlich der teuerste der große Millennium Falten genauso wie der alte muss natürlich auch mit da rein in das oberste Tier weil das auch ikonische Schiffe sind weil die cool sind weil man die sich auch kaufen würde wenn man keine Ahnung wenn man so einen Star Wars Raum bei sich zu Hause hat und viel mit Star Wars macht auch diese ganzen Modelle und sowas und sich einfach so ein paar Star Wars Sachen zur Seite packen das kauft man sich auch wenn man kein Lego mag wobei ich glaube dass viele Star Wars Fans auch Lego Star Wars mögen wenn die jetzt auch nichts anderes von Lego kaufen kann ich mir das schon gut vorstellen aber deswegen würde ich sagen dass das schon verständlich ist so dann haben wir hier noch na was nehmen wir dann mal als nächstes Ewok Village wollen wir das schon nehmen ich weiß nicht ich glaube das ist auch klar oder da gefällt mir einfach der Look wie gesagt letzter richtiger Star Wars Teil das Ende der Skywalker Saga ist natürlich auch eine coole Szene die Viecher sind irgendwie so ein bisschen die Ewoks sind so ein bisschen nervig ab und an aber es ist einfach cool wie so ein quasi Stamm mit Armbrüsten und so dem großen Imperium gegenübersteht und auch gewinnt am Ende ist das Set ist auf jeden Fall cool mit den Bäumen mit den Baumhäusern ich sehe da auch immer so ein bisschen wenn man die Blätter so ein bisschen anders verteilt sehe ich da dieses Robin Hood mäßige also diese Baumhäuser die es damals in dem Film gab der Film war jetzt nicht so geil mit Kevin Costner aber da kann man auch eine gute Robin Hood Welt draus bauen also Sherwood Forest oder Brickwood Forest wie auch immer man sich das dann bei Lego denken möchte das ist halt auch zum Beispiel für andere Themen gut nutzbar das ist natürlich bei Star Wars jetzt nicht der Sinn aber keine Ahnung wenn wir dieses Set damals für ich glaube auch 250 Euro bis es gekostet haben kann das sein 250 Euro 1800 1900 Teile irgendwie in dem Dreh kauft man sich natürlich eigentlich nicht zum Ausschlachten weiß ich auch aber wenn man das mal keine Ahnung für 50% Rabatt gekriegt hat weil keine Ahnung irgendwer keine Ahnung hatte und nicht wusste was das ist dann hätte ich das wahrscheinlich auch vielleicht mal ein, zwei Mal mitgenommen ist einfach cool also das ist ja auch so ein Set was viele sagen das könnte vielleicht mal eine Neuauflage vertragen wobei ich finde wenn so ein Set noch nicht so alt ist 2015 2016 ich glaube da kann man ruhig noch ein paar Jahre mit warten ähm worauf ich überhaupt gar nicht gehypt war also ich bin generell jetzt nicht so also die kleineren Star Wars Sets finde ich immer ganz cool und für die Star Wars Fans freut mich zum Beispiel so ein Sternzerstörer oder ein Millennium Falten aber dass dieser A-Wing zum Beispiel so teilweise gehypt wurde kann ich nicht so ganz verstehen ist für mich auch so ein Raumschiff brauche ich jetzt nicht ist schön gebaut die Farben sind auch nicht schlecht dunkelrot und weiß aber ist einfach für ein Raumschiff für mich dass das nicht so ikonisch ist wie andere Raumschiffe wie zum Beispiel natürlich der Vader Interceptor also der TIE Advanced Interceptor irgendwie so ihr wisst was ich meine äh das Schiff von Darth Vader wo er dann versucht die Rebellen alle ein bisschen mit zu jagen und zu verhindern dass sie den Todesstern zerstören Spoiler Alarm funktioniert leider nicht aber ist natürlich auch ein cooles Set ähm es gibt ja auch diesen normalen TIE Fighter für 40 Euro aktuell da bin ich auch noch am überlegen wenn ich den mit Rabatten kriege ob ich den vielleicht mal vorstelle weil das ist auch so ein Set was das kann ich mir einfach so in eine Wohnung irgendwo stellen also weil ich das auch eigentlich ganz schick finde und natürlich braucht man sowas immer in einer UCS Variante oder immer im normalen Katalog ist da ganz klar dann haben wir ja das gleiche zählt natürlich ihr seht schon ich muss viele hier doppelt wegpacken drei Todessterne zwei Sternzerstörer zwei Millennium Falken zwei TIE Sets äh das ist einfach so dass sich das nach und nach wiederholt und es ist ja auch das was die Leute cool finden so die Tentive beziehungsweise das Set heißt noch nicht Tentive ähm ich packe die andere jetzt einfach mal dazu das ist aber kein UCS Set sondern äh das müsste die Zwischenversion zwischen der letzten sein und der der UCS Variante aber Tentive 4 finde ich okay ist jetzt kein Highlight ist jetzt aber auch kein Schiff was ich hässlich finde gerade mit den Düsen hinten das ist eigentlich immer ganz cool gemacht auch in der Lego Version quasi ganz gut gelöst äh Slow Speeder klar klar muss der ganz oben hin auch ikonisch diese diese Jagd äh das hat auch alles irgendwie so ein bisschen was von Herr der Ringe oder beziehungsweise Herr der Ringe kam ja später filmisch aber irgendwie hat mich das alles so ein bisschen an die Mumakil und Olifanten und die Schlacht auf den Pelleno-Feldern erinnert äh wo Eowin da mit Merry durchratet und den Olifanten zu Fall bringt genauso wie das die Snowspeeder mit den Seilen machen dass die Viecher umfallen das ist irgendwie auch auch irgendwie ikonisch ja wir brauchen einfach Herr der Ringe Olifanten irgendwie als UCS-Sets brauchen wir auch mal ne Lego falls ihr das hört ja aber erinnert mich halt da dran ähm und wir haben jetzt hier noch ich packe dir einfach mal diese ganzen Doppelten rein ihr wisst da was gemeint ist dann dann passt das schon so dann haben wir hier diese imperiale Shuttle-Fähre die viele als schönstes Star Wars Raumschiff betiteln was es gibt ich bin da eher tatsächlich hier Phantom Menace nichts Negatives nichts Positives ist einfach ja ist einfach da ach so den ähm den anderen Sandcrawler packen wir da auch noch nochmal mit oben zu dann haben wir noch wir haben hier zum Beispiel Cloud City das ist ich weiß dass es ein besonderes Set ist aber es ist nicht aufgelistet unter UCS-Sets es kann natürlich sein dass es äh ne Master Builder Series gab es da noch gar nicht es kann sein dass es ein Special war damals aber es ist eigentlich kein UCS-Set das meinte ich zum Beispiel mit diesen es sind nicht nur UCS-Sets dabei äh der Obi-Wan Starfighter den finde ich auch okay aber ist jetzt auch für mich kein Highlight ähm genauso wie der Sternzerstörer der aber nicht die Form hat ich denke mal das ist der aus Clone Wars und der sieht ein bisschen anders aus natürlich hat er so dieses spitz zugehende aber er hat nicht diese ikonische Plattform oben denkt dran wenn ich hier irgendwas erzähle was überhaupt nicht stimmt sofort in die Kommentare damit und mich gleich verbessern ne also ganz wichtig will nicht dass hier irgendwas falsch stehen bleibt am Ende also nicht von meiner Sortierung aber von irgendwelchen Fakten die vielleicht falsch sind oder Sachen die ich falsch in Erinnerung habe oder so könnt ihr sofort in die Kommentare schreiben ne das war so und so natürlich freundlich bitte ne ich möchte nicht unbedingt deswegen beleidigt werden auch wenn ich es verstehen könnte so dann haben wir noch den Y-Wing den finde ich eigentlich relativ schick da haben wir natürlich auch wieder hier zwei Versionen von dass hier immer zwei Versionen drin sind liegt daran ihr könnt ja auf Tiermaker auf die Seite gehen und ihr könnt euch vorgeschlagene Tiers quasi nehmen und die dann entweder bearbeiten oder so weiterverwenden deswegen packe ich unten auch immer die Videobeschreibung rein Tierlistmaker der und der von dem und dem ist die Tierlist könnt ihr gerne vorbeigucken oder ihr nehmt die Tierlist also könnt selber eine kreieren oder nehmt an und verändert die einfach ein bisschen so dass es bei euch passt ich habe diese ganzen Sets eigentlich vorher durchgeguckt und die vorher rausgelöscht aber irgendwie hat er das nicht übernommen deswegen sind jetzt leider wieder drin sollen uns aber jetzt nicht so extrem stören denke ich mal wir haben es ja auch bald geschafft wir haben noch hier dieses Assault on Hoth Set da muss ich ganz ehrlich sagen das kriegt so viel Hate ab ich weiß aber nicht so ganz warum ich weiß dass manche Sachen dann nicht so ganz passen von der Größe und von der Höhle meine ich da war irgendwas mit dem Gott wie das Viech heißt fragt mich nicht der der Eis Yeti in der Star Wars Welt keine Ahnung aber ich finde dieses Set eigentlich ganz cool gerade so eine kleine Basis und sowas sowas finde ich immer ganz nett also weiß ich nicht ob der Hate Recht zu Recht oder zu Unrecht ist das könnt ihr mir gerne auch in die Kommentare schreiben und dann haben wir natürlich einen X-Wing der muss natürlich auch da rein auch ikonisches Set ihr seht schon bei mir ist das wirklich relativ geradlinig die ganzen ikonischen Raumschiffe die kommen natürlich ins oberste Tier weil ich die auch einfach persönlich cool finde wenn Star Wars nicht so unglaublich teuer teilweise wäre gerade was diese ganzen Raumschiffe angehen würde würde ich da vielleicht auch nochmal ein paar Sachen holen aber mir sprechen halt tatsächlich auch die kleineren Sachen an wo coole Minifiguren drin sind deswegen ist das dann eher so mein Beuteschema um ein bisschen was von Star Wars einfach mal zu haben ein paar coole Minifiguren zu sammeln aber da einzusteigen das als Otto Normalverbraucher sich alles leisten zu können das ist schon eine Ansage also wie gesagt gerade 800 Euro für ein Millennium Falcon 700 Euro für einen Sternenzerstörer das ist für viele mehr als ein Monatsgehalt also deswegen da muss man echt schon gucken dass man da überhaupt keine Probleme hat was Geld angeht und sowas dass das alles läuft und sich das als Nebenhobby dann zu machen das ist völlig in Ordnung finde ich dann so dann haben wir noch zwei ältere Raumschiffe das ist auch nochmal ein X-Wing der kommt natürlich auch noch ganz oben und dann das ist glaube ich ein TIE Interceptor kann das sein ich meine das ist ein TIE Interceptor und den packen wir glaube ich ein Tier runter weil ich den nicht so cool finde wie ein TIE Fighter also dieses diese vier keine Ahnung wie so Klauen oder Krallen nenne ich das mal die da quasi um das Raumschiff rum sind ist jetzt nicht so mega meins aber lässt sich ja wie gesagt immer drüber streiten so und dann haben wir hier noch ein Drop das Dropship meine ich ist das dann der AT-AT dann oh was ist das für ein Set keine Ahnung und die Cloud City also die lassen wir jetzt mal raus weil das eigentlich laut Brickset wie gesagt ich beziehe mich hier auf Brickset vielleicht haben die das auch nicht komplett richtig aber ich denke mal das wird schon einigermaßen passen und dann haben wir es auch schon geschafft das ist mal so meine grobe Einordnung was diese ganzen UCS Sets betrifft ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben ob ich vielleicht mal ein Ranking zu den ganzen UCS Sets machen soll oder ob ich einfach mal alle durchgehen soll und meine Manu genau zu einem Set dann immer sagen soll das wüsste ich dann wahrscheinlich aber aufteilen weil das Video sonst einfach zu lang wird schreibt mir das gerne in die Kommentare schreibt mir auch gerne weitere Ideen für Tier Rankings rein da können wir mal gucken ob es schon ein vorhandenes gibt oder ob ich einfach eins neu erstellen muss alles gerne in die Kommentare jegliche seriöse Kritik wird gerne angenommen ohne Beleidigung und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag hoffe ihr hattet Spaß mit dem Video und dann sehen wir uns auf jeden Fall denke ich beim nächsten Video ich freue mich auf euch bis bald untertitelung und dann behandeln und dann sehen wir uns bis bald zu ihm auf jeden Fall auf jeden Fall nach kaufte